Verdammt ne Scheiße. Verdammt ne Scheiße. Verdammt ne Scheiße. Verdammt ne Scheiße. Scheiße du auch! Wenn deine Hälte ausdachtest! Ich weiß ernst! Auf den Boden legen! Du nicht! Leg dich auf den Boden! Du bleibst liegen verdammt! Ein Mux! Du stehst auf! Äh. Liegen bleiben! Dachtest du kannst nicht willkommen ja? Dachtest ich lass mich so abknallen wie meine zwei Brüder ja? Ich weiß nicht Bescheid! Wie ich schwer nur verstehe. Jetzt, jetzt gehts. Nun ähm. Offa! Heinrich! Verdammte Scheiße! Denkst du ich weiß nicht, dass du mich so wie Rose Schiel damals einfach abknallen wolltest? Dass du einfach dachtest, es wird wieder nur ein Schuss! Nur ein Schuss! Verdammte Scheiße Heinrich! Ich hab alles gesehen verdammt! Meine zwei Brüder, die waren dumm. Den konntest du in den Rücken schießen als sie im Bett lagen. Aber mir nicht verdammt! Mir nicht! Ich bin nicht ohne Grund Heinrich schwarz verdammt! Äh Heinrich du musst äh du musst nachdenken. Du musst drüber nachdenken was du hier tust. Denkst du ich hab nicht drüber nachgedacht? Wir sind äh wir sind Brüder Heinrich. Brüder? Brüder knallen sich nicht gegenseitig im Schlaffer verdammt! Ich ich ähm ich hab niemanden abgeknallt. Brüder bereinigen die Familie nicht einfach Stück für Stück verdammt! Was hast du? Was hast du dir? Das war ne abgekaterter Loma von Anfang an! Ich sag dir, ich hab die Jungs nie wieder gesehen und ähm naja ich denke sie sind vielleicht selbst gegangen. Und ich weiß ganz genau, dass du sie begraben hast verdammt! Scheiße! Wir sind jetzt irgendwo schwimmen! Aber mich hast du nicht bekommen Jack! Ah verdammt! Mich hast du nicht bekommen! Heinrich hier! Es war... Es gibt ein Grund warum ich den Backstep geleitet hab Jack! Es gibt ein Grund warum ich mir das alles ausgedacht hab Jack! Anders Jack! Wir haben uns äh unterhalten miteinander und ähm wir sind der Meinung dass der Backstep vielleicht eher dazu geführt hat dass wir uns spalten anstatt dass wir zusammenbleiben und wir sind äh wir brauchen jeden Mann den wir haben können bei uns! Wir müssen zusammenhalten zusammen agieren! Hast du gleich zwei von uns abgeknallt? Wie die Scheine! Wie die Scheine! Was hast du denn? Was hast du denn? Sie sind hier! Heinrich du bist umstellt! Du kannst sie nicht sehen! Du kannst sie nicht sehen aber sie sehen dich! Ich höre stimmen! Folgt euch! Sie sehen dich Heinrich! Folgt euch verdammt! Du musst mich gehen lassen! Wenn ich geh dann gehst du auch Jack! Ich hab alles vorbereitet verdammt! Ein Boot wartet auf mich am Hafen verdammt! Sie wissen über alles Bescheid Heinrich! Ist unmöglich verdammt! Sie kennen deine Gedanken Heinrich! Ich höre Schritte! Heinrich! Die Leute sind hier! Sag es mir! Du musst mich gehen lassen! Es sind sehr viele! Es sind sehr viele! Über 20 Mann! Jack wenn du mich verfolgst! Ich hab ein Boot ja! Ich hab ein Los verdammt! Ich werd nach Guama reisen! Und keiner soll mich verfolgen! Hast du gehört? Hast du gehört? Ich hab's gehört Heinrich! Ich hab's gehört! Lasst ihn gehen Jungs! Ich lass mich nichts von dir umbringen! Ich bin Heinrich Schwarz! Und ich hab's ihr geglaubt! Verdammte Scheiße! Das hat Heinrich schon wieder gemacht! Wo ist Afa verdammt! Wenn man ihn braucht!